Ja heilige meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Skybound Äh, ne, Skyborn ist Skybound Äh, äh gut, Skyborn Ähm, die Mischung ist Starbound und Skyborn, ja Äh, Skyborn Ja, dann nachdem wir das erste Mal der PC abgeschmiert ist von aufnimmt, hoffe es passiert diesmal nicht Oh, ich hab die X-Men auflaufen mit dem Kostling mit dir, so Ich hoffe diesmal schmiert mir der PC nicht ab Das war sehr scheiße und komisch Und ähm, naja Ich würd sagen, also letztes Mal ähm, habt ihr ja mitbekommen Da ist ja leider der PC abgeschmiert Wir sind jetzt soweit, wir sind jetzt hier in unserem ähm, Shop wieder Kalent hat den Dingens fertig gebaut, den Prometheus-Engine fertig gebaut Danach haben die sich beraten, was zu tun ist Und wir wollen das zu den Äh, zu diesen Zu dieser Firma da, Namen vergessen, egal Und wollen dort ähm Uns eine Permission holen, dass wir den Zu den Celestial Dings bomben sie dürfen, als zu diesen oberen Distrikt da Und Und War ja da und Und die Eidreeds 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 eingesperrt sind Von daher Hätte ich mir sagen Ähm, ein Moment, ich muss noch kurz hier noch Da, das ist nämlich immer noch kein Internet Übrigens das möchte ich noch kurz hier eintragen Und das sind alle meine Spielzeiten die ich in den letzten paar Tagen gespielt habe Und Und Ähm Und Ähm Und Das ist No I Find Is Fear Dude Dad By sneaking Around Achso immer Here Du Das heißt Also Do Dad That Ähm better than me better than me better than me, keine Ahnung, das ist jedenfalls ein class change item wieder mal und lass das mal gleich mal machen blink 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 blitze mal so aus dem nichts we have upgraded class again choose one of two paths to each character ja also bei ihr hatte ich sniperin wählt was ich lese das jetzt noch mal vorgegeben da habe ich jetzt keine bock zu so bei dir habe ich glaube ich general genommen ja general weil ja sowieso immer so geile gruppenbachs hast bei dir nehme ich auf jeden fall servent und bei dir und da habe ich noch nicht vorgelesen weil da der pc am geschmiert ist look at me go is the pujilist i can slice and dice every finger away with pure earthen faith fluvi or i can be even more tricky and sneaky as an interloper ich würde eher sagen als pujilist a god weil die kann man auch okay very little is a mesh for a skyborne warrior and at his need zenith i can specialize in a devastating magic weapon skill as a play mistress or effortlessly deflect enemy attacks as a vanguard und keine ahnung ich würde sagen dass sie es sowieso mal angreifst bläst mich das so wie sieht das jetzt aus brauche ich bei euren skills eliminiert hast du nur gelernt devistating tech attack on one enemy parallel zu technological enemies auch schön talven hat jetzt instruation gelernt speeds up all allies instantly increased threat significantly ah ok corwin renew heals all allies revives all cleans debuffs long charge time ach du scheiße alter da 40 mp alter das würde 80 kosten wenn er nicht die hälfte hälfte mp sachen da hätte oh mein gott krippel magic attack on all enemies los animes down konzi konzer der belie oh mein gott das kannst du ganz schön viel empfehlen hat er sonst irgendwas neues gelernt nee oh mein gott jesca ähm frottl nee cyclin attack all enemies add split effect mhm und elder ähm nee ich glaube da ist wirklich krusher very strong attack chance to paralyze long charge time oh mein gott ok dann würde ich mal sagen boah ich war auf den weg zu blackware industries genau blackware industries ist das zeug und daher mit diesem mal sagen na ich muss ihn nur eine halbe stunde auf und dann mache ich schluss für heute das rechte nehme ich auch schon und daher so woanders ist es gewesen das war doch hier irgendwo oder glaube ich genau das war hier gewesen so hallo oh mr chesterford it's a pleasure to see you again most of the local staff is away on business it's nice to see your friendly face ok ja sonst nichts zu sagen hier soll ich mich nicht melden hmmm a small conundrum arises if i were to suddenly demand to be given the permit it would certainly draw the attention of my father putting a quick end to our plans it'd be best if we could get our hands on it before drawing notice perhaps if there were some surrounding chaos you wanted distraction precisely ok let's see it shouldn't be too hard for me to mess up your security bots will you realize your system is a few years old uh you realize your system is a few years out of date here we go welcome to the blackstone industry security net please choose from the following options cause the destruction make everything go in hellwire is pass it there oh it's there chesterford thank goodness it's madness in there the security system is going go in hellwire never fear shall subdue our city to city city to security straight away uh-huh a fearful of us there we sir was that is right or was that is wrong i don't know come just you realize we are going to have to fight our way to do this now and what he knows we shall be uh-huh uh-huh ab da so klug war weis ich ja nicht hm hm ja schon wieder viel zu viele wege hm oh mein Gott das weiß so ip punkt zeitweilwennl level 26 sehr gut ja eigentlich ist noch was glaube ich nicht oder von daher hm nun gut eine roboter immer her aber das sind die viecher sind jetzt nicht so stark wie in der arena das hat doch nicht zu viel schaden da sind die arena ist immer noch stärker als ihre anderen kumpels hier die normalen kumpels von daher so und tschüss das gleiche ist ein level 26 sehr gut oh gott wie viele punkte gibt es denn hier bitte so schlimm gerade weil ich mir viel zu viele wege hier mag ich nicht also macht ihn nicht als sie für schaden leider naja außer älter dies auch schon ein paar leute über uns von daher so gut die zwei sind stracheln das wollte ich gesucht truhe nein auf spades spades 1134 siegut Uhm ... Hm ... Es spielt zu viele Wege hier. Ich weiß noch nicht noch ob ich , ob ich bisher irgendwas verpasst hab oder nicht. Wisst ihr dass ich doll vergessen habe, gleich noch mal raus bitte. Ich habe vergessen eine Quest abzugeben. Ähm ... Wir müssen noch mal raus. ob ich noch mal aus darf weil ich mich schon gespeichert glaube ich verdammt entscheidend ja sehr gut muss nämlich die festbecken abgeben waren dabei doch hier wurde genau Hello. You have done it. Gimme, gimme, gimme. Here you go, as promised. Experimental potion. Made enough for me, myself too. Here you goes. Oh. What the? Blasted. Something must be a bit of fear. Dr. Ravi, here you go, this new size will let me gather any intrigant from anywhere we are being seen. Whee! You should see what effects the potion has on here. Oh, okay then. The diminutives the chemist complete. Dr. Ravi, I fixed this soon enough. Oh, man. My voice is here. They are all up and a small garden. For 15 builds, you can equip 15 more way gear without being slowed down. If not, I had that. Build 7. Equipped rate 17. Oh. Kein Wunder, dass wir slowed sind. Und hier ist noch L2 über. Hm. Dann würde ich sagen, geht es lieber Kervit, weil die am wenigsten hat. Von daher. So. Genau. Okay. Das wird zumindest nicht mal gesloat. Und daher. So. Schön. Ach. 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 so gut hast du viele wege jetzt nix hier sind die gegner mal eben kurz oh jetzt ist er als erstes wieder dran dadurch dass es nicht mehr das los ist nun gut ich komme es halt immer noch als erstes dran und bei dem mal irgendwie na ja was soll ich 3.000 ip für zwei viecher ist nicht gerade wenig ich muss machen ok entschuldigung ähm und vom sterben möchte als wie der so hey da fühlt ihr den Namen bitte wow 2800 entscheiden, critical. Alter, das Halloween Level sind 20, sehr gut. Yay. Finde ich gut. So, muss ich das auch noch sagen. Oder gehts hier weiter? Hm, äh, das gehört nicht mehr zu viel. Na, komm mal her. Dart, Dartboard Mark V. Oh, Saldemann sollte nicht mal geheilt werden.